hallo ich wollte mich einfach mal bedanken ich wollte mich mal melden außerhalb der geschichten und wollte mal danke sagen an meine unterstützer von denen ich nicht gedacht hätte dass sie sehr schnell und sehr zahlreich da sind bin ich ganz toll und ich betreibe hier mein hobby das heißt ich lese geschichten ich lese bücher sehr gerne ich lese überhaupt sehr gerne spreche gerne und deswegen gibt es als youtube kanal und man kann es auch als podcast abonnieren beides ist ein hobby das heißt ich bin weit davon entfernt bei youtube irgendwas zu monetarisieren oder mit mit podcasts irgendwelche sponsoren zu finden aber es macht mir spaß und ich möchte es natürlich weitermachen und da finde ich das ganz toll wenn man weil man ja eigentlich immer nur so da sitzt von der kamera oder von dem mikrofon auch mal ein feedback von außen bekommt und da bin ich um jeden kommentar dankbar es ist toll wenn ihr mich unterstützen wollt und das noch nicht getan habt dann abonniert den kanal oder klickt einfach ein like bei den videos an das sind alles sachen die nix kosten und die mir einfach ein gutes gefühl geben dass andere leute auch spaß daran haben und das ist mir wichtig das finde ich total schön das gefällt mir ich werde das auf jeden fall so weitermachen wer die glocke heißt glaube ich immer in youtube videos nicht anklickt er wird auch nicht genervt von irgendwelchen benachrichtigungen man kann mich auf twitter oder instagram auch abonnieren und kann da sehen wenn es neue videos oder wenn es neue geschichten oder das neue podcast podcast gibt dann wird man genauso informiert es gibt sogar ein paar leute die mich schon finanziell unterstützt haben mit klar kostet auch geld ein bisschen die ganze geschichte mich aber das ist bei hobbys so und es ist auch kein muss und da bin ich natürlich noch viel dankbarer dafür wenn wenn menschen da jetzt auch noch merchandising zum beispiel kaufen ist verlinkt auch im kanal info oder mir einfach geld donaten als hätte ich nie erwartet dass solche sachen passieren und ist auch ganz bestimmt nicht der hintergrund warum man das tut möchte aber trotzdem einfach mal danke sagen dafür das kommt an ich bemerke dass ich freue mich über dieses feedback über jedes feedback ob das da irgendeine merchandising kauf oder donation ist oder einfach nur leute die mir zeigen ich habe dein video angeguckt und ich habe geliked es hat mir gefallen und das finde ich total toll in diesem sinne viel spaß bei weiteren geschichten es wird noch ein paar geben ganz sicher und ich freue mich auf euer feedback bis dahin